Hallo und herzlich willkommen liebe Kletterer und Boulderer. Heute will ich ausnahmsweise mal nicht über ein Kletter-Trainingsthema sprechen, sondern ich will mich bei euch bedanken und zwar über die ersten 500 Abonnenten, die wir hier auf unserem Target 10a Kanal haben. 500 Abonnenten klingt vielleicht jetzt nicht so megamäßig viel, aber es ist dennoch ein erster Erfolg in einer recht kurzen Zeit und gerade in der Anfangsphase ist es wichtig, eben dieses positive Feedback von euch zu haben. Also sprich, dass ihr unseren Kanal abonniert habt, dass ihr kommentiert habt und dass ihr eure Likes da gelassen habt. Um mich bei euch dafür zu bedanken, habe ich mir überlegt, dass ich auch ein Gewinnspiel heute machen werde. Auf die Idee dazu hat mich der Sascha vom Kanal Boulderfried gebracht. Schönen Gruß von hier aus. Du kannst natürlich auch gerne an dem Gewinnspiel mit teilnehmen. Was gibt es zu gewinnen? Ich habe mir überlegt, ein Trainingsport unserer Linebreaker Trainingsport Serie zu verlosen. Was müsst ihr davon tun? Einfach einen Kommentar hier unter dem Video schreiben, zum Beispiel mit irgendwelchen Themenwünsche für die Zukunft oder was auch immer euch beliebt. Auslosen werde ich das Ganze dann am 1. April. Das heißt, ich werde dann mit einem Zufallsgenerator hier einen aus den Kommentaren ziehen, Kontakt zu ihm aufnehmen und dann eben das Board an seine Adresse verschicken. Wie gesagt, es gibt nur einen Gewinner. Dafür ist die Chance relativ hoch, hier zu gewinnen, weil es noch nicht so viele Zuschauer und Kommentatoren gibt. Wenn ihr also Interesse an so einem Board hier habt, Kommentar schreiben und am 1. April wird es dann verlost. Okay, dann will ich an dieser Stelle auch gleich nochmal die Chance ergreifen, ein paar Worte zu dem Target 10a Kanal hier zu verlieren. Und zwar, was könnt ihr von uns erwarten? Natürlich versuche ich weiterhin regelmäßig alle ein bis zwei Wochen Videos zum Thema Klettertraining und Boulder Training zu bringen. Keine Angst, die Themen werden mir selbst auf jeden Fall nicht ausgehen. Da habe ich so einiges auf Lager. Aber dennoch, wenn ihr irgendwelche Wünsche an Themen habt, schreibt es mir hier gern unter die Kommentare oder auch unter andere Videos. In Zukunft immer unter die Kommentare schreiben. Ich schaue dann, was man machen kann, weil ich mache den Kanal nicht für mich, sondern für euch. Und wenn ihr da spezielle Wünsche habt und mir das als Input gibt, ist das auf jeden Fall besser, als wenn ich mir allein ständig die Themen überlege. Okay, dann will ich an dieser Stelle vielleicht auch noch ein, zwei Worte dazu verlieren, warum wir diesen Target 10a Kanal überhaupt betreiben. Klar, wir wollen auch unsere Firma und unsere Marke Target 10a darüber weiter bekannt machen. Aber keine Sorge, was ich nicht versuche oder was ich nicht machen werde, ist euch irgendwelche Sachen zu verticken, die ihr nicht braucht oder irgendwie Schleichwerbung hier zu machen. Das ist nicht mein Stil, das werde ich nicht tun. Stattdessen werde ich versuchen, euch meine Erfahrungen und vor allem aber auch meine Überzeugungen zum Thema Klettertraining nahezubringen. Ich bin Sportler, ich brenne für den Sport und von daher macht es mir eben auch Spaß, über diese Sachen hier zu reden und dann vielleicht auch später in den Kommentaren mit euch darüber zu diskutieren. Von daher nochmal vielen, vielen Dank an meine ersten 500 Abonnenten. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Macht es gut bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Christoph.